Romantische Liebeserklärungen im Bergergut. Nach fast 14 Jahren Bergergut hat man sehr viele romantische Szenen schon erlebt. Aber eine ist ganz besonders von den Pärchen, die jetzt schon Stammgäste sind, vor 10 Jahren anlang. Und die Beziehung nicht mehr ganz so prickelnd war wie dazumals. Dann sind sie ins Bergergut gekommen, haben sich wieder frisch verliebt und zum 20. standesamtlichen Hochzeitstag hat der Herr der Dame mit Gesang den Antrag für die kirchliche Trauung gemacht. Das war sehr, sehr emotional und sehr liebevoll und romantisch.